Um LearningView als Lehrkraft nutzen zu können, musst du zunächst ein kostenfreies Konto erstellen. Gehe dazu in einem Browser auf die Website learningview.org und klicke oben rechts auf Login. Hier klickst du auf neues Konto erstellen und ich bin eine Lehrperson. Gib deinen Namen und eine Mailadresse an. Es ist sinnvoll, hier die dienstliche E-Mail-Adresse anzugeben, weil es später den Austausch von Kursen und Materialien innerhalb der Schule erleichtert. Du bist jetzt sofort eingeloggt und erhältst einen Überblick der Funktion von LearningView. An die angegebene E-Mail-Adresse wird automatisch eine Mail mit deinen Zugangsdaten und einem automatisch generierten Passwort gesendet. Das Passwort kannst du hier in deinen Benutzereinstellungen ändern. Wenn du nach dem ersten Login später auf learningview.org navigierst, bist du mit einem Klick auf Login direkt in deinem Account. LearningView funktioniert plattformübergreifend im Browser und auf einem Android- oder iOS-Smartphone beziehungsweise Tablet bequem über eine App. Die entsprechenden Apps können direkt über die Website geladen werden und sind für die Nutzung auf diesen mobilen Endgeräten absolut empfehlenswert. Auf einem Laptop bzw. Desktop lässt sich sogar für Mac und Windows eine Software installieren. Ich sehe da allerdings keinen Vorteil gegenüber der Arbeit im Browser, außer, dass die Materialerstellung auch ohne Internetzugang möglich ist. Für die laufende Arbeit mit Lernenden im Unterricht wird ein Internetzugang benötigt, damit zum Beispiel eingereichte Aufgaben der Arbeitsstand oder Korrekturen in Echtzeit sichtbar werden.